Diese Lokomotive ist die AC 4400CW, gebaut von General Electric Transparency. Sie ist das Arbeitspferd auf der Sandpatch Great und in der Lage, überwältigende 4400 PS aus dem Motor herauszuholen. Als erstes gehen sie zur Lok, so wie es angegeben ist. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Um die Steuerung. Beginnen wir damit alle in uns. Wir sind nun bereit loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn zweimal hinter... ... 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 Sie fahren. Dies schießt das Grundlagentraining für Lokführer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017